Musst du wissen wir dann sein, wenn du schwenkst? Ich bin René. Na, blasen wir. Jetzt was passiert. Ja, sind wir doch schon wieder. Ich zieh den nur mal raus. Wir sind im freien Sturzflug. Also Uhrzeit. Was sind das jetzt? 15 Sekunden, ne? Ja, theoretisch habe ich das ja auf Video. Das stimmt. Theoretisch. Halbzeit. 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 Halbzeit.